So, moin zusammen, mal wieder ein kleines Infovideo. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, der VDB hat eine neue Kampagne am Start, die hört auf den Namen Next Generation. Worum es da genau geht, darüber hält man sich noch ein bisschen bedeckt. Da der VDB aber wirklich erstklassige Arbeit leistet, lohnt es sich da am Ball zu bleiben. Deswegen mache ich hier mal ein bisschen Werbung dafür. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link für den Newsletter. Da solltet ihr euch auf jeden Fall anmelden und in 15 Tagen wird dann auch gelüftet, worum es da exakt geht. Bei der Gelegenheit könnt ihr euch auch gleich mal für eine Fördermitgliedschaft, ja, da könnt ihr euch gleich mal drum kümmern. Kostet 36 Euro im Jahr, sollte es euch auf jeden Fall wert sein, denn für eine starke Lobbyarbeit, dazu gehört auch auf jeden Fall ein bisschen Eigeninitiative. Nicht immer nur rumsitzen und rummosern, wie scheiße alles ist und dass sowieso bald alles verboten wird, sondern raus aus der Komfortzone und Eigenleistung zeigen. So, das war es an der Stelle auch für mich. Ich muss arbeiten, komme ich leider nicht drum rum und ich bedanke mich schon mal. Ciao Kakao!